Hallo, pack mein Auto nie an, die Vogel, genau. Hau ab! Ja, da sind wir doch wieder, ne? Weiter geht's. Wir müssen ja noch ein paar Teile sammeln. Und ja, ich bin jetzt einfach schon mal zum Rennen gefahren und mal gucken. Ah, sieht wieder ganz gut aus. Hups! Was soll denn das? Auf der Gegenfahrbahn einfach hier fahren, also bitte. Also, wo sind wir denn hier? Frech so was. Echt frech. Okay, gut, haben wir hier links. Ah, oh du. Ah, noch ein Auto. So. Ich hab gar nicht drauf geachtet, muss ich ganz ehrlich sagen, wie immer, was für eine Bewertung das Rennen hier hat, aber scheint wohl eine schlechte Bewertung zu haben. Hätte ich mal drauf achten sollen, weil das ist doch ein bisschen doof. Obwohl, ach, Spiddy, der Spiddy, der ist ja schon doch relativ nah. Die sind alle gar nicht so weit weg, ne? Okay, hier bin ich grad scheiße um die Koffel gekommen. Ähm, nein, natürlich. Das war jetzt nicht so gut. Und so viele Teile sind es gar nicht mehr. Also, das könnten wir, ich glaub, in drei Nächten, ich glaub, ich glaub, noch drei Nächte ungefähr. Dann haben wir alle Teile. Und dann fahren wir noch mit Nissan nochmal eine Ehrenrunde. Also, ich muss dann einfach sagen, dass wir nochmal mit Nissan am Tag fahren. Oh, das war schon. So. Guck mal, wir haben direkt hier ein Rennen. Weißt du, jetzt läuft wieder alles, aber in den Heat-Rennen, also in den Heat-3 und Heat-5-Rennen, stinke ich wieder ab. Das geil ist aber, da mache ich immer am meisten Fehler. Ich weiß auch gar nicht, wieso. Also, meistens, ja doch, eigentlich, meistens liegt es schon an der Polizei, weil die ein bisschen nervt. Jens, lass mich vorbei, Mensch. Ich weiß auch gar nicht, wie ich weiß, wie ich weiß, wie ich weiß, wie ich weiß, wie ich weiß. Oh, scheiße, muss ja hier lang. Mädel, mach das mal nicht. Scheiß Palme. Die ging mir aber, muss ich ganz ehrlich sagen, die ging mir übelst auf die Palme, die Palme. Riesenwitz, ich weiß, keiner lacht. Ich finde es jetzt auch nicht so witzig, aber, ne. Ich weiß, was ich meine, ne. Ist halt so. Einfach akzeptieren. Hi. Ja, ratet mal, wie er wieder da ist. Ratet mal, welche ganze Zeit Kreise fährt oder Runden fährt. Nichts! Ist ja, irre. dwarf Galten! Ja. Ich bin schon immer wieder da. Ich bin schon nicht auf den ganzen Tag. Half Следzeit. Wir brauchen einenасти Wie können die mich eigentlich jetzt noch verfolgen? Guck mal, der einde Politist da unten. Der ist immer noch ein bisschen im Reichweiter. Voll nervig der Typ. Ja, hauen wir nicht um die Rampe, ne? Hey, unser Ziel bei Sonne zieht. Hätte ja auch einfach bremsen können, aber ne? Ich will's ja bremsen verlieren. Ich bin nur schon mal verpissen. Nein, das war falsch. Okay, haben wir geschafft. Das heißt, wir können zum Riedstufe 3 Rennen schon mal hinmägen. Aber ich würde gerne mal gucken, ob wir da irgendwie von hier aus ein Rennen haben. Ne, das ist doof. Das ist auch doof. Irgendein Rennen muss doch in die Richtung gehen, oder? Hey, bitte, bitte. Nee, guck mal, das ist dann irgendwo in der Stadt. Okay, das ist auch doof. Gut. Dann nicht. Wir wollen einen Rundkurs. Ah, Mann. Einen Rundkurs könnte man ja trotzdem fahren. Haben wir hier irgendwo einen Rundkurs noch? Gut, dann nicht. Alles klar. Schön, dass wir das klären konnten. Ja, 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 ja. Ich verstehe, okay. Ich würde mal nie so oft machen. Wir laden die Verfolgung ab. Unsere vier Personen sind nicht. Ist das euer Ernst? Wir lassen den Wagen einfach entkommen. Für unsere Scheiße bin ich nicht zur Polizei gegangen. Du längst, Moody. So, und diesmal gucken wir auf, dass wir, ähm, ja, mal vielleicht trotz Einzug auf das Rennen abschließen können. Das wäre natürlich sehr schön. Alter, wo ist denn das Rennen, Mensch? Ich habe das Gefühl, die schieben das Rennen gerade immer weiter weg. Hört doch mal auf damit, Mensch. Stellt euch mal vor, ihr müsst den Weg nicht hochfahren, sondern ihr müsst ihn immer, keine Ahnung, hochlaufen oder mit dem Fahrrad fahren, weil hier keine ordentliche Strecke oder sowas ist. Oh, nee, oder? Erleckt mich doch an, wo ich gesagt habe. Jetzt bin ich hier oben und ich werde verfolgt, oder was? Ich habe das gewünschte Fahrzeug geblieben. Ja, komm, mach mal ab durch die Hecke. Jo, wie, wie, wie. Hat's ja richtig für euch gelohnt, Jo, ne? Super. Okay, jetzt muss ich mal ein bisschen drauf aufpassen, dass wir nicht gleich wieder gecatcht werden. Ich habe halt so eine Angst, dass der Polizei, äh, der Polizist gleich einfach umdreht. Einfach so, einfach so mitten hier auf der Bahn zu orientieren. Voll doch mal in die andere Richtung. Ich meine, da sind so viele Symbole. Ich sehe den Polizisten gar nicht. Gut. Haben wir es doch noch geschafft. Okay, und jetzt geben wir uns richtig Mühe, dass wir auf den letzten Platz kommen. Okay. 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 immer mal auch gibt mir doch mal deine bande ich habe ich ja schon mal gesagt dass der wagen stein links ein ein Ey, Driftführer wagen auf mich. Ey, also, lenkt doch mal, Mensch, Scheiße, Mutti. Verstärkung ist das bei uns, und wir können uns nicht bestimmen. Ach komm, bitte, mach da vorne mal irgendwie einen Unfall oder irgendwas, was Schmerzen zubereitet, ey, bitte. Ja, also, Nitro bringt's richtig, also ich bin richtig nah rangekommen. Hab ich mir das Gefühl, das Gefühl, okay, scheiße, okay, das war's. So, wie's aussieht, könnten wir, ach man, wieso drück ich ihn immer jetzt falsch? Wie's aussieht, könnten wir eigentlich schon mal Richtung Heatsstufe 5 Rennen machen. Lass mich in Ruhe. Eigentlich ist es ja nur noch der hier, ne? Oh, fuck. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte jetzt, ich dachte jetzt, ich dachte jetzt gerade, das wäre echt, das wäre ein normaler Polizist. Schwupps. Ja, was ist denn los, ich bin kein Ball? Oh Gott. Äh, Moment, hier ist die Träger. ja beim rennen sind wir mit polizei aber ja mut ich dachte hier wenn die lücke mann Mutti, bitte. Äh, hallo? Du weißt doch gar nicht, wo ich hinse. Aber danke für die Drehung. Ich überlege, ob wir hier irgendwo... Ah, ich wüsste vielleicht die Möglichkeit. Ja, ich wollte eigentlich da hoch. Okay, müssen wir von der anderen Seite mal... Oh ne, doch ja, meiner. Rhino? Ich muss es bitte... Äh... Mutti, bitte. Äh... Okay, wir können auch so abhauen. Ja gut, dann hauen wir halt so ab, ne? Und hier ist direkt auch das Rennen ist sehr gut. Ich muss nach oben. Das ist... Doof. Ich dachte, ich kann das Spiel jetzt einfach verarschen, indem ich einfach... Fuck, 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 fuck. Indem ich einfach geradeaus fahre. Wenn das Zeichen nervt halt hinten, ne? Immer wenn man ein neues Teil hat. Wenn da jetzt ein Polizist wäre, das würdest du nicht sehen. Okay, wir haben es zumindest schon mal zum Rennen geschafft, ne? Also... Da kann man schon mal nicht meckern. Wir haben es schon mal zum Rennen geschafft, auch wenn es ein bisschen gedauert hat. Das Rennen werden wir auch fahren können. Ähm... Nur wieder danach, ne? Danach wird es wieder das große Problem. Es rappelt im Karton. Ding, ding, ding. Der Nissan ist in der Kiste. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Frag mich bitte nicht, wieso ich es war. Ich weiß es nicht. Ähm... Hätte der jetzt nur gefremd muss? Der ist eiskalt geradeausgefahren, ne? Ich bin so doof, okay. Boah, jetzt war ich so fixiert. Ich war auf, dass es so gut läuft. Okay, es läuft gerade immer beschissen, aber ja gut, da machst du nichts. Wisse was, ich bin eh auf dem letzten Platz, da kann ich auch mal ganz kurz hier reparieren gehen. So. Du bist die Störung, mein Bruder, du bist die Störung. Okay, das ist doch hier meine Dings, ne? Hier muss ich halt nur die NRAM befinden, oder wir fahren jetzt einfach... Ja, genau so sollte es nicht aussehen. Oh, lol. Ah, scheiße, die haben mich gar nicht mal verfolgt, ne? Ups. Okay, jetzt muss man irgendwo gucken. Zufall die... Ah, hier. Ne, auch nicht. Das ist ja nicht... Ich... Oh, ne. Geschissen. Aber die Ramme können wir nehmen. Oder wir machen es einfach so. Ne, es gibt... Mann. Äh. Ey, komm, bitte nicht, komm. Das ist jetzt Mist. Ey. Die Cops sind ebenso. Nimm's nicht persönlich. Äh, ja gut, ne? Scheiße. Hast du da draußen Spaß mit der League? Ja, ich hoffe es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Das war richtig Mist, was wir da gemacht haben am Ende. Ähm. Ja, wir sehen uns einfach in der nächsten Aufnahme. Bis dann haut rein und tschüss. Tschüss. Tsch.